Musik 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 Yo Leute Heute spiele ich Lego Star Wars 2 Republican Musik Funk It's Ugh Hyes triggers Jetzt schauen wir direkt mal mit den zwei Luschen hier an. 4 Millionen? Gott! 4 Millionen habe ich? Achso, ja, Extras. Habe ich mir alle selbst verdient. Nichts gecheatet. Ähm... Schnelle Macht. Super Blaster. Super Lichtschwert. Traktorschrall. Unbesiegbarkeit. Und jetzt kommt das Heftigste. Warte, gleich kommt's. Gleich kommt's. Oh mein Gott. Vierfache Punkte. Und dadurch bekommt man richtig viel. Nun mal ich die eigentlich auch, aber wo das jetzt ist, weiß ich nicht. Warte mal, ich hatte doch noch mehr als vierfache Punkte. Ich hatte doch alle. ... Okay. Jetzt mach vier. ... Wolle Steine. Extras. Mal 10. Oh, 30 Millionen. 20. 12. Okay, haben wir nur mal 4. Okay, egal. Haben wir eigentlich auch alle Charaktere. Ich weiß gar nicht, wie lange ich bin gespielt. Aber da haben wir ja einen Geist. Oh, wer war es wohl? Okay. Hier habe ich eigentlich alles. Gehen wir mal weiter. Warum habe ich auch schon frei? Da habe ich 1 von 6, die geht das nicht. Ach so, 1 von 6 ist alles voll. Absolut. Die wird echt schwer. Oh Ben! Oh Zufall! Schlacht und Endor, okay, fangen wir an, ne? Oh, egal! Oh, ich habe alle Charakter! Oh, ich fühle mich alle Charaktere geil! Machen wir uns einfach mal freispielen! Oh, alle Geister Kieler! Ja Ben Kenobi begeistert! Ich glaube, weil das unwichtig ist, dass ich das jetzt nicht vorlesen darf! Ach so, ja cool! Los! Zweiter Spieler! Spring! Ich brauche mal einen zweiten Spieler für! Okay, das ist echt schnelles Aufbau! Mafia ist natürlich an! Oh, weg hier! Miesel, miesel, miesel! Ich brauche! Ich brauche! Ich brauche! Schlecht, du kommst nicht los da! Nein, er kommt! Weg hier! Ja, ich brauche! Ja, ich brauche! Ja, ich brauche! Okay, nein, sonst weiter geht's! So muss ich jetzt selber wieder gucken, wie man das hier alles macht. Oh, jetzt will ich zurück! Nein! 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 Was? Wo ich kann Ben sein? Fittig! Was? Fittig! Fittig! Sie gehen alle dran vorbei! Gut, jetzt... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich werde jetzt nicht so viel reden, weil ich bin halt ein bisschen krank. Ich hätte theoretisch doch einfach da durchgehen können. Das wäre irgendwie logisch. Erstmal das zu machen und danach das. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach so, ein Teil ist da. Sana doch. Oh, hallo. So, weiter geht's. Alles explodiert und die chillen dann... Ja, ja, ja. Was ist jetzt denn noch so? So läuft das hier ab bei denen. Ja, jetzt sehen sie mich näher. Obwohl... Was ist denn hier los bei denen? Ich hab dich gefehlt. 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 Niemals. Oh, alle auf einmal. Das war's. Es ist ein Leider von euch. Ah. Ah Traktor! Traktor... Traktor... Traktor Strahl... Hey hey! All right. Oh, was kann ich denn schon machen? Perfekt. Perfekt. Alle Atacuni erst mal direkt. Alle Atacuni. Alle Atacuni. Alle Atacuni. Alle Atacuni. Alle Atacuni Alle Atacuni. Alle Atacuni. Das Katapult schießt ohne, dass jemand etwas macht. Und der A-T-S-T auch. Jemand macht etwas und der schießt. Der A-T-S-T Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Es geht mal, ich loszu, ich loszu, ich loszu. Was? 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 Was ist das? Die Kuchen zu gehen, aber machen nichts. Das ist jetzt aber auch nicht. Ein Trieb in der Kuchen! Die Kuchen zu gehen. 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 Das ist schon echt lang. Die Kuchen zu gehen. Die Kuchen zu gehen. Warte mal. Warte mal. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Toll. Was ist das jetzt? Da oben müssen wir glaube ich noch hin. Ja, zur Letzung auch mal. Was ist das? Langweilig. Ich glaube es ist langweilig für euch und für mich. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ich glaube, ich höre hier einfach mal auf, denn... Oh, Kamera eingefallen. Was ist das denn los? Denn es... keine Ahnung, ich schaff's irgendwie nicht. Und es wird ja irgendwann mal langweilig. Es ist doch so lang und trotzdem langweilig. Na, also... Haut rein. Es ist gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.